Der Narr liest Brautkauf im Kibbutz von Ephraim Kishon Mein langweiliger Cousin Shimon konnte sich vor Freude über meine Ankunft nicht fassen, als ich ihn damals im Kibbutz besuchte. Er war gerade an diesem Tag in ein neues Zimmer übersiedelt, sein kleiner Junge lag mit Masern im Bett, seine Frau spielte Hebamme bei einer widerstrebenden Kuh, und er selbst musste dringend in den Speisesaal, wo eine Vollversammlung über den Fall eines Kibbutz-Mitgliedes beraten sollte. Dieses Mitglied hörte auf den Namen Ricky der Verrückte und verlangte aus der Kibbutz-Kasse schon seit Wochen eine Summe von 4.400 Pfund. »Wozu braucht ein Kibbutz nicht Geld?« fragte ich meinen Cousin, während ich hinter ihm zum Speisesaal rannte. Shimon, der Schatzmeister des Kibbutz war, antwortete, »Er will eine Frau kaufen.« Vor einiger Zeit war nämlich Ricky der Verrückte mit der Funktion eines Einkäufers betraut worden, hatte in einer von Jemeniten bewohnten Nachbarsiedlung zu tun gehabt und sich dort Hals über Kopf in ein jemenitisches Mädchen namens Chefzibar verliebt. Dass Rickys Familienname Kraus war und Chefzibars Familienname Habifel stört ihn nicht. Papa Habifel erteilte sofort seine Zustimmung, mehr als das. Wegen der Jugendlichkeit des Bräutigams verlangte er für seine Tochter nur 4.400 Pfund in bar. Herrn Habifels Forderung verblüffte Ricky, aber der alte Mann erklärte ihm mit patriarchalischer Geduld, dass er als Vater Anspruch darauf hätte, die in seine Tochter investierten Spesen zurückzubekommen. Ricky der Verrückte musste einsehen, dass es sich hier um eine uralte, unabänderliche jüdische Sitte handele. Was tut ein normaler Stadtbewohner unter solchen Umständen? Er nimmt ein Darlehen bei einer Bank auf, verkauft den Familienschmuck seiner Großmutter, veruntreut Firmengelder oder macht Überstunden. Ein Kibbutznik hat aber keine Großmutter mit Familienschmuck, keine Bank und keine Firmenkasse. Er hat nichts zu verkaufen außer seinem reinen Gewissen, und dafür bekäme er höchstens 50 bis 60 Pfund. Er kann also nur von der Kibbutzverwaltung das Geld zum Kauf einer Gattin verlangen. Die Kibbutzverwaltung lehnte den Wunsch Riggis des Verrückten nach kurzer Debatte ab, und zwar aus drei Gründen. Erstens, man kauft keine Frau für bares Geld. Zweitens, wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Und drittens, hat man so was je gehört? Das Sekretariat bot jedoch an, mit dem alten Herrn Habifel zu verhandeln, und so begaben sich der Kibbutzsekretär und die Vorsitzende des Sozialausschusses in die jemenitische Nachbarsiedlung. Nach zwei Tagen kamen sie zurück und berichteten der Vollversammlung, dass schließlich und endlich bei nüchterner Betrachtung der jemenitischen Lebensformen, dass also, kurz und gut, im Grunde gegen die Forderung von Herrn Habifel nichts einzuwenden sei. Viertausend vierhundert Pfund sei aber ein exorbitant hoher Preis, den man unmöglich zahlen könne. Für vierhundert Pfund bekäme man ja schon eine Kuh oder eine Dieselpumpe. Riggi, der Verrückte, schlug Krach, dass die Wände zitterten. Er verwahrte sich dagegen, dass man seine Chefziehbar mit einer Kuh vergliche und verlangte auf der Stelle das Geld, sonst würde er sofort aus dem Kibbutz austreten. In der folgenden Vollversammlung herrschte gespannte Stimmung. In den ersten Reihen saßen die Funktionäre, dahinter die übrigen männlichen Kibbutzmitglieder. Die weiblichen saßen an den Wänden und strickten warme Pullover. Die Kinder standen an den Fenstern und gingen trotz wiederholter Strafandrohungen nicht schlafen. »Genossen«, begann der Kibbutzsekretär, »wir stehen vor einem völlig neuen Problem. Wir alle kennen und lieben unseren Riggi. Er ist ein alter Kibbutznik und ein guter Arbeiter. Deshalb schlage ich vor, dass wir die Hälfte des Brautpreises bezahlen und ihm für die andere Hälfte einen in zwanzig Jahren rückzahlbaren Kredit geben.« »Ich brauche keine Gefälligkeit von euch«, schrie Riggi, der Verrückte aufgebracht. »Heiraten ist eine biologische Notwendigkeit. Ihr könnt mich also, wenn ihr wollt, krankschreiben lassen und die 4400 Pfund für meine Heilung bewilligen.« Der Vorsitzende wollte wissen, von welchem Budget man eigentlich die 200 Pfund nehmen wollte. »Von unserem Erziehungsbudget«, schlug ein friedfertiger Kibbutznik vor, aber der Protest war einhellig. »Was fällt dir überhaupt ein? Sollen unsere Kinder darunter leiden, dass Riggi verrückt ist? Und was ist mit meinen Kindern?« brüllte Riggi. »Haben sie kein Recht darauf, geboren zu werden?« »Wir müssen eine Lösung finden«. Der Sekretär bat um Ruhe. »Wir verstehen mich nicht, Riggi. Vielleicht könnten wir das Geld aus dem Viehbestandsbudget freimachen. Wir haben nämlich...« »Unterbrich mich nicht, Riggi. Wir wollten nämlich gerade eine Kuh kaufen.« »Mörder«, klang es im Chor der entfesselten Mütter. »Du spielst mit dem Leben unserer Kinder. Milch für unsere Kleinen. Milch, Milch, Milch!« Die Diskussion eskalierte. Riggi, der Verrückte, bat ums Schlusswort. »Bis morgen Mittag«, so sagte er mit zindernder Stimme, »hätte das Geld zur Stelle zu sein, auch wenn man zu diesem Zweck einige Kibbutzmädchen verkaufen müsste. Wenn nicht, würde es dem ganzen Kibbutz noch sehr, sehr leid tun.« In die Stille meldete sich abermals Schimon, mein langweiliger Cousin. »Wie wäre es mit einem Heiratsfonds, in den künftig jeder Junggeselle zwischen 25 und 50 Pfund pro Braut einzuzahlen hätte, je nach Gewicht und anderen besonderen Merkmalen?« Erlöst schloss der Vorsitzende die Versammlung. »Genossen«, sagte er, »das ist ein sehr vernünftiger Vorschlag. Ich möchte nur noch unseren Junggesellen raten, ihre Bräute möglichst unter den Kibbutzmädchen zu wählen, oder, wenn es schon unbedingt eine Braut von auswärts sein muss, dann wenigstens keine überbezahlte Schlampe.« Untertitelung des ZDF, 2020